Dein Liedchen für mich spielen? Als Bestrafung für deine Unbotmäßigkeit befiehlt dir der Geist von Tadeus, seine Rumpelkammer gründlich aufzuräumen. Gefunden! Gib das her! Ja, euer Gruslichkeit! Das ist lustig! Sag mal, kommst du wirklich mit? Ja. Okay, dann los! Was ist los? Kommst du? Ja. Patrick, hier geht's lang! Wo denn? Hier! Oh, ich komme!